Ich krieg nur 121 für einen Win und 140 Minus für einen Lose. Die sind nicht so gut, also ich will sie nicht verschreien. Ja der eine hat uns mit dem Deagle und man fährt Schellen im Spawn. Mann, blocken wir nicht, Mann! Okay, was für eine E-Dos-M mehr? Ah fuck, ich habe noch gesehen, dass er unten steht. Ich habe bei dir jetzt noch verloren. Entschert, entschert nicht. Ich habe ihn voll flasht. Das ist echt. Das ist echt. Ja bis hier jetzt. Ja, okay, ja. Mein Playground. Was ist denn da? Ja, der muss doch. In dem Fall geht er auf, ich suche ihren Spawn dort rein. Ja, also manchmal weiß ich nicht wie die Spieler laufen. Das ist einer hinter dir. Ja, ja. Der war halt noch auch da oben. Die brauchen ja nicht mehr wie einer. Killed zwei. Und dann läuft er wieder zurück durch ihren Spawn. Anstatt einfach den Schatz zu holen, Alter. Ich habe nur die zweite Runde gesehen bisher, oder? Hm. Balloon. 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 Oh, der Börst, ey. Balloon, pleasure. Droh in Grenade. Okay. Ja natürlich, natürlich ducke ich mich in der Hedger hinein. Man hört ihn doch sogar, warum schaut der weg? Natürlich, wir können run and gunnen. Der mich umbrach, denn der war aber nämlich long. Oh. Oh. Im Glück haben wir einen Teammate. Die Lötze sind schon wieder. Hat der a fuck, da sind gerade 3 Schüsstürchen durch? Nein, das kann nicht. Ich habe einen krassen Tick-Server. Ich finde es schade, dass die Waffen so viel kosten. Selbst wenn du jetzt auf Eco bist, das ist halt, was kaufst du da? Halt Utility oder kleine Pistel, aber selbst die Käffler wäschst du mit irgendwas kaufen? Du kannst jede Runde nur Käffler kaufen, du musst keinen Helm kaufen. Na eh, sag ja, aber selbst die jetzt kaufst du ja schon über, kaufst du ja schon. 600. Na 600 kaufst du die Kräfte. Uff, du Hände. Simon. Ich glaube, du Hände. Ja. Eine 1.5 Stunde später. Warum muss jetzt du picken? Ich weiß nicht, was jetzt wieder los ist, das kann ich helfen. Boah, Carrier-Netz trifft ein feuchte Händekuchen halt. Laufen wir wieder über Istanbul. Hm, über wen nach Warschau? Alles. Boah, zeigen wir mal den fette Sticker. Boah. Boah, der Hauut schlägelt. Ich hab's nicht geholfen Er muss, er muss zu gehen A, sorry Oh Gott Okay Jetzt zur Arena und nicht mehr Arena wahrscheinlich hinein Alter, Alter, was ist das denn? Oh ja! Ich glaube es wird voll B, hab ich sonst gefühlt, da war niemand Hä? Hä? Wo bin ich jetzt gestorben? Äh Wir poppen jetzt die einfach so auf Ich glaub der war unter mir und hat mir in den Kopf geschossen Ich glaube ich stehe einfach aufs Seite auf, Alter Irgendwann Keine Ahnung wie das jetzt so funktioniert hat Naja Was für ein Flash, Alter Oh, mir ist möglich zu viel als Bass sogar Oh, mehr Bombe Was auch nicht? Ja, das ist mein Problem, glaub ich Falsches Fadenkreuz Naja, vielleicht Das könnt sie Komm, bist ja schon auf B drauf Ist der dort? Na 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 Da Na Auf Na That Da T bast Das Oh, ich schau nach hinten. Ja, haha, ja. Okay. Das muss ich mal eine Peak, genau. Ja, wir haben sogar einen Hedgehog Club gewandt, oder so. Grenade out. Grenade out. Incentivation. Throwing smoke. Ich habe Glück, dass ich den schon auch kittet, ja. Mhm. Oh, dann ist Geburtstag, ja. Vielleicht last birthday. Der ist oben. Unbelegt im Ace-Bahn. Er ist im Ace-Bahn, im King-Ringler. Ich dachte, unser Good Luck-Zeus gefällt. Ah, fuck. Pusht halt eine Viertelstunde spät, ja. Mann, dafür lad ich eigentlich den noch, Mann. Er hätte die Locker hoch können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Spät mal ganz was Reuligs. Ja, du pusherst du für sie, oder? M-m. Du stehst einen hinterher. Dann gib dir den Hedgehog für ihn. Ich finde, das wäre schön. Ah, come on. Oh, ne, hau ihn. Er hört den... Ja, er ist so bad, Alter. So bad. So bad, ja. Er gibt diesen dann einen Hedgehog. Echt. Ah, der ist immer noch both rum. Hinter links, ja. Nice. Da muss ich es wechseln. Und da hast du gehört, oder? Ach, wo lang? Überall laufen wie ein Huren vom Bahnhof. Ich wollte zur Bank laufen, aber ich habe nicht gewusst, dass der da so weit schon durch ist. Oje. Nicht. Oh, der hat da jetzt echt geskept. Oh Gott. Hätten nämlich beide Köcke, Kitt wahrscheinlich. Hm? Ah, da liegt der M4, aber wir müssen den halt töten. Schau mal. Ah. Das ist so schnell. Ich habe ihn schon beschossen, aber... Psst. Da ist er. Hey, yo, in der Luft. Let's go. Wird sie von hintergeweckt. Ich glaube, der kommt von unten. Ja, Jesus. Granate. Nein, das ist nicht. Nein, bist du nicht. Er heißt, Jesus. Uslapsi. Das klingt schon wie Uppsala. One car, one car. Another one car. Ja, ich habe doch da seine Fürst gesehen. Okay. Oder so. Ich hätte von mir auch mal lauter gehalten. Ich hätte sie da stehen. Danke für das Bett. Oh, den. Einfach mal weglaufen, mal. Oder was? Jetzt haben die Sticker dabei einen Regenbogen vorgelegt. Oh. Oh, boy. Here we go. Oh. Oh. Behind. Behind. Thank you for all. Wisch das mal so, als ob ich wieder ausentwickeln kann. Jo. Alle hinter euch. Keine links hin. Da hinter dir sie. Activating the Bump. Arm has been planned. Throwing up last night. Ich glaube, mach das easy. Easy. Zieh, chin. Alter, der Durchzuger hält. Ja, dann wäre es knapp, aber für mich. Das wäre nur knapp, denn der hätte jetzt mal alles gesehen. Nein, 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 nein. Ja, ich habe mir sicher, dass ich mir jetzt etwas mit der Boxen mittele. Nur Pros faken nicht. Boah, Alter, ich wollte schon ein Sega-König. Nur Pros faken nicht, die faken alle immer beim ersten Mal. Ja, ich bin Biergarten hier. Du musst kurz weg, das war ein kleines Brain-Pray. Und Bomben abblendet werden richtig abblendet. Na, wer ist das? Ich muss noch nicht pushen, glaube ich. Ich muss noch nicht pushen, oder? Ja. Ja, doch. Ja, ja. Du bist einfach ein Idiot. Ich krieg schon einen Kill, obwohl ich schon längst hinter das Fett da reinstaue. Ich habe auch einen Call. Also ein großer Kommscher. Ich habe die Bombe jetzt gesehen, jetzt müssen wir weggehen. Sachbeater, ach ja klar, Sachbeater trägerisch, gell? Ja. Ach, hier wird, geht's. Was sind wir Photos? Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Nein, ich bin hier. Man ist hier. Abschuldigt. Okay, ich bin hier. Anno, ab. Anno, über die ja. Nein, du schaffst uns weit. Ja, war schon im Refusen die ganze Zeit. Ja, aber ich weiß, du hättest da eine Plante dürfen eigentlich. Ja, ja, ja. Ich hätte eigentlich vorne im Eck planten müssen, aber ich habe nicht mal gewusst, ob nicht noch einer Heaven gleich steht und der piekt ja los und kippt man halt schon. Kannst du natürlich nicht wissen. Du kannst halt wissen, dass die Mäler einfach immer noch auf Augen und an der Gammel. Er rennt zurück an der Seite. Er wartet, dass ich da bin. Hast du, oder? Ja. Ich habe keine Ruhe Spanbücher. Ich puste links ein. Mitte. Was hast du, König? Ich stand da ganz ins Eck gerade. Bilder hinter, hinter denen. Zwei kommen in der Mitte. Zwei kommen in der Mitte. Zwei kommen in der Mitte. Vorne lang. Nice, nice, danke. Vorne kurz unten. Hinter, stairs. Ja. 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 Oh, die jobbe. Rann weg. Ja. Du hast mir mein Leben gesaved. Am zweiten nämlich nur 45. Ja. Nein. Oh ja, 45. Ich habe nur 11 gemacht. Haha. Okay. Dann war das ja auch ganz gut. Gereicht hat gereicht, sag ihm. Ja, fast. Ich laufe da vorne. Aber wenn wir es dann zuerst schwarzen. Dann hätten wir das ja auch mal. Oh, B hätte mal. Ohne ist gerade rufen gekommen. Ah, ist das Steigen? Mhm. Ich gebe dir den Smog auf. Ich habe Steigen gesmogt. Ja. Oh, die ist nicht gut. Oh, yeah. Bomb has been planted. Du ruhig dich auch noch. Ah, er bank. Nein, ich habe mich wegdrehen. Ah, dahinter kann nichts machen. Playtime, playtime. Nein. Ist nicht der Operator noch auf A, Kühne? Ja, auf Lang. Da hat keiner eine Tür vor. Hau an den Hau an, wir können B gehen. Da muss ich auf den Operator aufpassen. Ich denke ein bisschen, wenn man da richtig smogt, aber... Ah! Ja, ein Monster. Ja, das hätten wir halt was, wenn da zwei Löt so weit hinter sind. Ja, ist nicht. Ein Wasser, ein Wasser. Wasser. Oh, du bist richtig. Der Bo... Ah, ja. Achter, der fällst in die AWP nicht. Na, keine Ahnung, wie er die Runde gewundert hat. Da ist so vieles passiert, wo nicht richtig war. Ah, he is close, close and long. Weg, der steht da schon beim Stein. Und die sind beide Anspar, glaube ich. Einer von uns ist nämlich lang jetzt durch. Außer Kuh ganz hinten, aber das wird komisch. Basta, jetzt müssen wir rein. Wo? Bank, 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 bank. Ah, wem, wir ziehen gleich nach rechts auf. Ja. Boah, shit. Man kriegt schon null Info, oder? Von dem scheiss Team, Alter, der irgendwo schießt. Doch, wenn er... Sicher? Er hat schon Info gehört, wenn er wieder ein Weapon droppt. Oh. Oh. Einer ist links. Ich bin ja. Aber hey, was ist schon meine Meinung? Ich bin Bottomfrager. Wollte was? Ich wollte gerade sagen. Anscheinend aus einem speziellen Grund. Wir race nicht um sich. Ja. Schade. Was macht der Mann? Was meint? Wir sind alle behindert. Er hat... Er hat ähnliche Sachen gehören, wirst du? Er hat unerklankert. Er hat durchplankert. Licht, egal. B war jetzt noch nie B, die letzte... 24 Runde. Könnte ich ja planen. Nee, war schon. Ja, klar. Oder auch nicht. Jemals muss die Flanke trotzdem sichern... Ehe. Ah, er pusht einfach durch den Smoke. Okay. Lätschen muss die Schwarz hier oder so. Schauf Minimap. Ach, komm. Ja, ja. Ja, ja. Oh, shit. Ich hab einfach durchgesprayt. Das war gar nicht so schwierig eigentlich. Das ist easy mit 20% Headshot Rate, also bin ich am Start. Ich schieße alle auf der Seite. Kämen! Ich schieße alle auf der Seite.